Für Audi ist der A4 das wichtigste Modell im Portfolio. Die Mittelklasse-Limousine ist so etwas wie das Butter- und Brotauto der Ingolstädter. Auf der ganzen Welt haben die bisherigen Generationen des A4 insgesamt 12 Millionen Käufer überzeugt. Eine stattliche Anzahl im hart umkämpften Segment der Mittelklasse. Während man in Nordamerika oder China die klassische Limousine bevorzugt, ist in Europa der Kombi namens Avant beliebter. Mit der neuen Generation wird sich daran auch nicht viel ändern. Der preisliche Unterschied zur Limousine beträgt lediglich 1850 Euro. Optisch setzt Audi auf Bewährtes. Evolution statt Revolution. Der neue Avant ist bereits auf den ersten Blick als A4 zu erkennen. Die Designer haben es geschafft, dass der Wiedererkennungseffekt geblieben ist, aber der neue A4 Avant ein wenig frischer wirkt. Klare, scharfe Linien und ruhige Flächen sorgen für eine sportliche Eleganz. Durch die horizontalen Linien wirkt die Front im Vergleich zum Vorgänger markanter. Der Audi-typisch große Kühlergrill ist breiter und flacher geworden, genau wie die Scheinwerfer. Die Kunden wird es freuen, dass es keine optischen Experimente gibt und man in Ingolstadt seiner Linie treu bleibt. Zum einen war der optische Auftritt des Vorgängers immer noch eines der wichtigsten Kaufargumente. Zum anderen werden so die Restwerte des Vorgängers auf dem Gebrauchtwagenmarkt stabil bleiben. Beim neuen A4 Avant sind es die inneren Werte, die ihn besser machen. Das beginnt schon beim Gepäckraum. Gegenüber dem Vorgänger schluckt er nun 15 Liter mehr, also insgesamt 505 Liter. Werden die Rücksitze umgeklappt, finden sogar 1510 Liter Gepäck ihren Platz. Qualität und Materialauswahl waren schon immer die Stärken des A4 Avant. Und daran hat sich natürlich nichts geändert. Wer sich die Mühe macht und den A4 Avant mit der Lupe in Augenschein nimmt, wird keinerlei Makel entdecken. Audi ist dafür bekannt, dass selbst bei kleinsten Details Perfektion gefragt ist. Das sind Dinge wie zum Beispiel Nähte oder auch das Klicken der Bedienschalter. Die Kunden mögen dieses nicht bewusst sehen. Unbewusst stellt sich dadurch aber das Gefühl ein, in einem Audi unterwegs zu sein. In Sachen Infotainment geht Audi gemäß seinem eigenen Slogan Vorsprung durch Technik stolz voran. Dann Technik-Transfer aus dem Q7 und dem TT setzt er in der Mittelklasse Maßstäbe, was die Digitalisierung angeht. Doch das ist nicht nur die Einbindung von Mobiltelefonen und deren Inhalt. Auch bei den Komfort- und Sicherheitsassistenten hat die Konkurrenz aus München und Stuttgart das Nachsehen. Wie die Limousine bieten wir den Avant zunächst mit sieben Motorisierungen an, mit drei TFSI und vier TDI-Motorisierungen. In einer Leistungsspanne von 150 bis 272 PS. Alle Motorisierungen sind sehr effizient. Das konnte erreicht werden, indem wir einmal das Gewicht um bis zu 120 kg reduzieren konnten, indem wir einen Benchmark-CW-Wert von 0,26 haben und indem wir die Antriebsstränge auch zusätzlich optimieren konnten. So ist der Verbrauch von einem 2.0 TDI Ultra mit 150 PS lediglich 3,8 Liter im Neft. Das entspricht 99 Gramm CO2. Auch wenn mit dem Avanti A4-Familie erst einmal komplett ist, hat Audi bereits Zukunftspläne für den jüngsten Spross. Im Jahr 2016 werden wir eine zusätzliche Motorisierung für den Avant anbieten. Ein 2.0 TFSI mit 170 PS und 270 Newtonmeter. Dieser Motor ist als bivalenter Motor ausgelegt für den Betrieb mit Benzin und Gas. Diese Variante gibt die Möglichkeit, dass Sie Audi E-Gas tanken können. Audi E-Gas ist praktisch hergestelltes Methan aus erneuerbaren Energien. Dieses wird ins öffentliche Gasnetz eingespeist und so ist es möglich, dass Sie praktisch 100% CO2-neutral fahren können. Der neue Audi A4 Avant kann ab sofort bestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017